Ja, bei mir ist Otto Schütze, Kapitän, der Mann ohne Nerven, am Ende den Elfmeter verwandelt. Würdest du mit mir d'accord gehen, wenn du sagst, es war ein dreckiger Sieg heute? Auf jeden Fall. Also wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen. Hat nicht alles so gut geklappt, wie wir das haben wollten, aber im Endeffekt sind wir froh, dass wir jetzt die drei Punkte hier behalten und nächste Woche geht es dann weiter. Dabei habt ihr sicher geführt und hättet sogar in Rückstand gehen können dann nachher noch Mitte der zweiten Halbzeit? Ja, ja, war ein blöder Fehlpass von mir selber. In der Situation hatten wir wirklich Glück gehabt. Im Endeffekt haben wir uns dennoch reingekämpft und ja, am Ende das Ding 3-2 gewonnen. Und jetzt denke ich mal, steig die Vorfreude auf das Spiel in Taforst. Da wird einiges zu erwarten sein nächsten Spiel, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir freuen uns drauf. Freitagabend, auch glücklich, genau wie heute. Wird ein geiles Ding und ja, auch da hoffen wir auf den Sieg.